rausgekickt worden von wem weil er nicht verstand um ich habe mich nicht gekippt ja verbindung rausgekickt ich habe nicht gesagt dass ich für ein von euch rausgekickt wurde ich wollte gerade sagen Pasi ich hasse den Sprung langsam ich krieg da immer runter ja das kann jetzt nicht sein nach wenn ich jetzt ja mal was weit weg da hat er hat sich nur das so werden die ganzen jahrenden aber ich lasse quasi du 4 Prozent nur da und wo gerade da und wo du gerade was habe ich ein und da und dann auch hier cool wenigstens ist es abwechslungsreich ja man boah wie kacke bin ich weiß ich nicht alter schwede schon ordentlich kacke ziemlich na alters bei dir hat man voll die umgebungsgeräusche was hörst du denn so ein rauschen kann ich es machen noch er wird aber ich falle barri die die sich veräppeln die sich veräppeln die Korka auch Gott ja will zu Kamel gehen ich brauche deswegen habe ich auch ja losrede ich bin jetzt schon zu 10 tausenden Mal drauf er hat er auch nicht das was zeigt sich für sie nun kommen die Metern Menschen groß gleich kommen wir müssen aus wie er er ist und ein kleiner er warst mir er musste gebracht werden jetzt dieser alte Ruinenturm all zwar ist das so wie sie nicht also die Wettbewerbssteller sich hier echt nirgendwo ein paar das Design ist auch ziemlich cool wenn sie ernst wie kann man diesen Sprung hier verkacken er fragte er hat er geschafft da ist auch ein Lausla zu den Haus ein Blockstatt ja lausla zu ließ das nächste als nächstes kommt das Lausla zu lieb dann hier so ein mit Kaputzer Turm wir haben sehen das sieht aus wie ein Restaurant meine Fresse du schaffst ersehne ich du siehst du schlechter Führer dann ist vor allem so scheiße ja er ist ein Blut selbst eine Katze für die sieben Scheißsprung hier an die Leiterschaften du nicht einfach nur Scheiße ist immer schon ab ich gut er hat es als so viel Fall ja ja du kannst es packen ja ich versuch's boah nee hat sie Katze scheiße oder 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 als überlebt es für Flüchte und die sterben nicht durch Fallschaden passierte auf die sterben nicht durch Fallschaden Mann Mann Puppert jetzt auf die Nerven derbe ja wenn du jetzt schaffst dich television aber sie sterben dich ich muss sein können ja zwar und da werde ich wieder abgeschossen und dann wird er gesagt oh sorry ja du ja ich hab dir ich hab gesagt du kannst äh alter Scheiß drauf boah fucking du kannst aufgeben da ne tue ich nicht okay boah boah ja nicht hier oben abschießen nein ich schieße du obwohl es war war ha wir sind nämlich ziemlich viele sind ja wegen Passivin voll Dämmler auf auf so wappen Guru Sprung Super er fehlte mir danke dass du mich geschlagen hast heißt das offiziell Guru Sprung was weiß ich Buggy Sprung fucking Sprung Kack Sprung A A St hat ich habe mich gestanden richtig ich auch nicht doch kann sie ja auch auf Prozent das ist ein Juni Prozent Prozent ich musste keine Unschläge Katzen Töten 0 oh ja ja Prozent Prozent die Halle verfallen die Banken hier voll rum hoch hat die Frau ich bin ich mache doch gar nicht Koma ich habe gar nicht in der Hand die Vogel ich muss mich mal kurz raus sagen nur die Prozent Verbindung unterbrochen Super war bei mir nicht bei mir nicht hä dieses ist scheiße so wieder anmelden Prozent ich war da oben drauf warte bleibt nicht bewegen nicht bewegen ich habe mich schon bewegt du bist hier oben drauf war was hier eigentlich wo du bist doch ich bin jetzt bin ich hier oben ja ich hab doch gesagt nicht bewegen Fälle hatte die Abadblock zerstört Bahn ich krieg kein Damage okay auch gut Wieso ist die Verbindung unterbrochen worden Hä schon wieder? ja nein jetzt gerade eben keine Ahnung bei mir spät ist es ein bisschen Partys auf und ich mach doch gar nichts Hä ich höre doch die Scheiße Wieso fehlt hier denn ich mache gar nicht da fehlt Hä boh Prasé das nein da fehlt ich habe nichts gemacht da fehlt auch keine Leiter ja ich hab die doch die hat die die habe ich jetzt wieder dran gemacht äh ich krieg kein Damage und ich wenn ich die Katze schlage dann schlag ich sie nicht Hä was passiert was hab ich jetzt wieder die Leitern ey hier fehlt eine Leiter wo ey das ist unfair Hä da unten wo hä die Verbindung ist ja unterbrochen super was ist los äh du warst an der Leiter du hinkst an der Leiter dran nein bei mir war keine Leiter da ist keine Leiter Hä du hinkst hier ist eine Leiter du hinkst da gerade dran nein bei mir ist da aber keine Leiter gewesen bei mir ist da aber keine Leiter gewesen lass uns hör mal einfach neu starten ja komm wir unterbrechen dann jetzt eben ja bis alles jetzt erklärt regelt hoffentlich läuft jetzt er hat noch weiter und ich dafür nochmal neu starten m weil wir gerade aufgabe ja weil wir hier aufgehört haben das ich kann ja immer runter super super Werbung passiert schlechter das war der Server soll ich passiere ja ja aber er hat reingebracht er hat das eingestellt dass er das mal sagt zwischendurch super Schleichwerbung ja ja los redi das ist kein Problem mehr dorthin Flo ja ok der Rest ist scheiße ich bleib da nicht dran hängen ich schaff das irgendwie nicht gibt es da nen Trick oder so Shift ich slide da immer runter ich weiß doch gar nicht warum du das jetzt zu witzig handelt Mann ja mach mal Tag René ist schlecht René ist falsch geschrieben das ist nur klein geschrieben ja da ist ein Apostrophe drauf ne ja aber es ist klein geschrieben Akzent nennt man das oder? Akzent meine ich ja nein Akzent die Güte ja der ist drauf es ist mir schnuppert das klein oder groß geschrieben wird wir wissen dass René nicht schlecht ist ja hier lecken alter Mann äh mein Leben regeneriert sich nicht ich sterb gleich ich sterb gleich zum Glück ist das auch peaceful ne mhm ich hätte immer wieder einstellen muss äh oh nein boah boah ne bist du schlecht du bist richtig kacke boah sauer ja Motivation lässt grad nach weißt du du schaust das man ich glaub an dich du machst das jetzt ach Gott bist du schlecht mhm mhm kann ich schon mal weitermachen nein als hab was für ein Ego schweig bist du wir müssen leider auch noch auf den netzten waren komm gib auf gib auf Halt's Maul ich sag auch nie zu dir gib auf doch nein oh Mist ja Passi schaffts ja auch er muss ja nicht aufgeben so jetzt komm ach 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 auch ein war was macht ihr überhaupt warten warten bis zu abfällig wäre es heiter ja was echt jetzt tränke okay das gibt's auch nicht schade unsichtbarkeitstrank Passi was denn super was hab ich denn gemacht guck mal Flo guck mal hier unten wo bist du da am Start da der Block der fliegt hier über dir bin ich die ganze Zeit schon super super ich bin jetzt auch unsichtbar perfekt ich habe auch nur ein guck das ist kein Wurftrank ein Trinktrank ja deswegen bin ich ja auch unsichtbar ne ich hab dich nicht unsichtbar gemacht Flo wie sollst du blocken da drin damit man mich wenigstens sehen kann ach so du machst du bist eh keine Leistung ist es aber nicht sehen ja manchen zählt und schaffe ich nicht wie ist der wie geht der du bist einfach hat sich hier drauf du musst gar nicht sprinten nein ich wusste nicht sprüttel hatte ich kann es ja noch mal versuchen so so und dann siehst du hast du gesehen Ey Flo ohne zu spriten ist viel zu schwer ja das Spritze da mach halt so auch fällt guck wie du es lösen kannst oder auch auf pass auf hier da musst du dich die letzte hier sind zwei Leitern wenn du da Spritze bist du hier ist keine Leiter mehr nein oh nein ach das kann auch dauern ja ich mache jetzt einen Eisenblock rein wo wo ist die man ich